2 DDS Ich habe aber jetzt kein RPF wegen A. Das macht keinen Sinn, wenn ich mich jetzt an die Insel hinstelle. Bis ich da drüben bin... ja, muss halt nicht rüberfahren. Oder ich kann, aber ich kann... Nein, nein, lass mich, scheiße. Wird schon laufen. Gut, Jungs. Danke, André. Ich fahre aber auf der H-Linie an, sollte da die ganze Meute ankommen. Lass dich vor, Adam. Ich habe RPF geortet. André, gehst du vorbei auf mich, auf meine linke oder rechte Seite? Rechte Seite von dir raus. Okay. Ach, und Adam, du musst auf der Fünfer Linie anfahren, weil sonst gehst du auf, sobald was vorbeifährt. Lass dir. Ja, lass uns gucken wieder, wo der Gegner ist und dann schauen wir, dass wir in Richtung C möglichst das Fokusfeuer dann hinbekommen wieder. Und jetzt gehe ich weg. Haben die D, die sind C? Mhm. Sie sind in einem Deck schneller. Ich brauche alles in C, rpf mäßig. Ja. Ja. Ok. Ja. Prime hat eins jetzt hier. Hm. Ok. Ja, eine Sekunde. Hi Titus, du musst gleich noch kurz ein bisschen auf uns warnen. Ja. Ich bring mich nur schon mal aus in die Position. Umgesprungen. Spottet. Du bist spottet? Ja. Ja. Mein rpf ist grad in die Mitte umgesprungen. Ja. Meins auch. Ok. Montana ist hier. Ist jetzt aber hinter den Sil. Bist du immer noch gespottet? Ja. Ist noch links was. Ja. Ich bin immer gespottet. Ähm. Litschi. Reicht den Radar bis dahin hin? Ganz knapp an dem Punkt hier. Nur bis hier vorne. Also. Ja. Mehr hier an dieser Kante. Ja. Ok. Dann lass. Scheiße. Ich habe APS geladen. Ich bin auch auf. Äh. Es ist Mitte. Immer noch Mitte. Ja. B wird gecappt. Ähm. Moment. Türme müssen drehen für B. Und dann heißt langsam. So. Soll ich mal Radar machen bei B? Ja. Moskva Radar bitte. Ist an. Ja. Jojang ist hinten rein gefahren. Ok. Äh. Gut. Ok. Hintenburg hier. Montana. Also die Montana scheint hier rum zu drücken. Kommt jetzt rein. ins. Im P. Ja die bleibt hinter der Insel. Ich kann sie definitiv nicht beschießen. Ok. Andere da kommen Torpedos. Christoph lass uns beide sofort die Montana vorküssen. Ja. Äh. Lecci kann auch auf die Montana schießen ne? Ja. Ich bin schon drauf. Sehr gut. Die hat auch schon gut passiert. Das sieht sehr schön aus. Wir werden wieder hoch. Außen ist nichts. Äh. Doch. Moskva ist da. Außen ist was. Ne. Hier bei uns. Ich fährt langsam rückwärts. Der Linie. Ist ich Radar zünden? Ne. Noch nicht. Noch nicht. Ist wieder weiter weg. Bin geradert. Ne. Ich bin zu. Ok. Oh. Zau ist auch hier. Ok. Drei Schiffe außen plus Jojang. Die Demoim pusht ja. Titus ist offen. Lieber erstmal rückwärts gang. Oh Jojang. Jojang. Jo. Anhydro läuft. Andere jetzt. Ja ich seh es. Ich bin hinter der Insel. Ich geb Gas. Ja. Er hat geschossen. Bleibt bleibt offen. Er hat mich im Radar. Ich war weg. Dreh dann wieder hoch. Ja. Dreh jetzt von mir weg. Monty brinnt. So. Schade. Dreh du ja zu mir. Ich versuche sie gleich nochmal aufzudrücken. Einen aufbauen auch dann in der DD. Zehn Sekunden. Die Montana sieht so als wenn sie vielleicht gleich der P-Bus bekommen. Ist noch zugegangen. Ich fahr mal mit nach A jetzt. Ist das in Ordnung? Ja. Ähm. Und da rückwärts. Tito ist Radar bereit? Seid ihr bereit? Ich bin bereit ja. 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 Radar. Wir drehen bei allen sonst sind wir hier raus. Ja. Ja. Ich bin gleich stark. Aber gut. Titus wird sie spotten und wir schießen vom Hinterinsel. Und Titus kann sich auch schon bereit machen nämlich dann C zu nehmen. Wobei die andere Julian her kommt anscheinend jetzt. Ja. Sie haben einen Treffer auf jeden Fall kassiert. Ja. Ich wollte nur sagen. Wir liegen auf dem Front und wir haben Zeit. Okay. Die Monty fährt hinter die Insel. Alles gut. Alles gut. Moskau wäre das erste Ziel. Wenn es geht. Wenn... Adam ihn... Ich bin geradert. Die Sicherheit ist. Das wäre Moskau das erste Ziel. Hier ist mein Erfekt. Oder etwas näher zu mir. Da. Montana ist wieder auf. Ja. Die versucht mich jetzt zu schießen. Da ist sie mit Wurm in der Flanke. Okay. Alles was wir haben haben. Die Monty bitte. Die D vor mir geht jetzt auf. Die Montana brennt. Gut so. Die D vor mir schießt. Montana hat gelöscht. Adam hast du Radar? Ja habe ich. Scheiße gut. Hamann rein. Ich glaube die D-Mine zeigt mir den Arsch hier. Nein jetzt hat sie mit Wurm in der Mitte. Julian in der Mitte. Ja das ist gut wenn sie mit Wurm in der Flanke fährt. Äh Chrishoff muss jetzt noch ein bisschen aufpassen mit der Hintenburg. Und die brennt wieder. Ich kann gerade nur auf die Hintenburg schießen jetzt. Ich denke sie jetzt noch ein bisschen ab. Julian hat smoke. Okay. Dann fahr du sonst schon mal ins Cap rein. Ja. Mach ich. Das erste Mal will ich den Montana weg haben. Der Montana ist bei mir aus Reichweite. Kann ich nicht mehr. Ja von mir auch. Von mir auch. Da fährt zurück. Seht ihr? Hintenburg brennt ab. Sieht wahrscheinlich meine Torpedos. Gehen alle vorbei. Adam. Heile dich lieber hoch im Piste mehr. Ja ich kann nicht. Hintenburg brennt. Hier nehme ich drei Stücke. Ja ja fahr einfach zurück wieder wo du warst. Dass du sicher bist. Die Montana hat mir sehr viel gedrückt. Ionasi muss da ein bisschen Druck ausüben. Ja ja Ionasi fährt jetzt frontal mit rein. Also nicht auf die Dämon unbedingt. Aber es ist einfach durch A durch. Dann können wir sie gemeinsam rausnehmen. Bitte nachher da wären wir brauchen. Ja. Hintenburg fährt zurück. Ja. Ja. Aber ich kann von hier aus auf die Moskau schießen. Ohne aufzugehen. Also kann ich einmal. Kann ich einmal. Hintenburg fährt wieder vor. Ja. Kannst du machen. Da ist sie. Ja. Ich wechsle eben auf die Yuiyang. Ja das wäre nice. Dem Moin willst wahrscheinlich probieren abzuharren. Ja. Darfst du nicht. Gut um Jan mitschießen. Ja. Ja. Schieß erst wenn es. Ja. Wobei hofft. Ne ich schieß nicht. Sie spottet mich gleich. Sie spottet mich gleich. Soll ich schießen? Ne 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 ne. Sie smoked sich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Radarreich weiter. Ja hab ich. Wenn sie zugeht. Radarreich. Okay die will hinter die Insel. Litchi. Ist dann gleich dein Job. Ne ich. Noch kann ich nicht. Sie ist jetzt hinter der Insel. Ja genau aber sie fährt weiter. Sie fährt weiter. Ich bin raus. So Litchi auf die Yuiyang. Radarreich. 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 Heil dich zuerst hoch. Also nicht raus, damit du beschossen werden kannst. Wir haben beide Caps. Titus kommt einfach wieder zurück. Ja. Jungs. Der Hindi hat 5000. Ja ich bin gleich drauf. Wir versuchen jetzt erstmal kurz den DD rauszukriegen. Ich kann nicht mehr drauf schießen. Der DD wäre super. Kann ich schießen sonst fange ich was hin. Alles gut. Alles gut. Triss die Jobs da oben? Die Monty? Ne. Aber sie brennt wieder. Monty brennt wieder. Nein die hat gedocht. Ähm Litchi wenn du kannst auf die Händenburg. Weiz hinter der Insel rum. Ja. Und versucht die Young aufzumachen. Äh. Sonst fahr einfach in B rein. Ist alles gut. Ist alles gut. In B rein? Okay. Ja nicht sterben einfach. Wir führen von den Caps und wir führen mit den Schiffen. Wenn du mir die Händenburg möglichst lange aufhältst, dass ich vielleicht mal drauf schießen kann ist alles gut. Was soll ich jetzt machen? In B rein fahren? Du fährst in B rein. Wir fährst in B rein. Ja ja. Das andere ist dann nur... Sehr gut Nasi. Zieht da hinterher geschoben. Ähm Litchi macht ihn mal bereit einfach sonst zurück zu fahren. Da ist die Montana. Monty kommt. Scheiße. Der DD ist weiter links rum gefahren. Ich bin fast da und die Montana hat mir eine gegeben. Ja hör auf zu schießen. Ja versteck dich überhaupt. Bin zu. Bewege dich ein bisschen. Also damit du nicht nochmal hinschießt. Ja. Der DD ist da. Der DD ist da. Ja. Adam hast du irgendwie Radar oder sowas? Ja. Ja. Ist rei dick. Ich will noch wissen. Ich lasse mir jetzt hier die Perfeter sind überhaupt liegen. Ah. Also mein Radar geht bis hier oben hin. Ja dann... Ja dann mussten wir eigentlich wissen wo der Zerstörer ist. Ja da ist der Zerstörer. Wir haben gleich alle vier Caps hier uns. Ja. Okay. Da hat bestimmt auf mich gekropft. Ich habe noch ein bisschen. Boah alter. Ah das gibt es doch nicht. Biske du bleib zu bitte. Ja ja. Ich bin zu. Bleib zu. Die einzige die mich nur zumachen kann ist die Hintbox. Monty brennt wieder. Bis du kann sich healen. Ich habe keinen heal mehr. Ich kann mich nicht mehr healen. Okay. Dann warte nur auf deine letzte Salve die muss perfekt sein. Aha damit du kannst. Geh auch zu. Ich bin zu. Aber wenn die Moskva rauspusht dann bin ich wieder offen. Ja da kommen sie. Da ist er. Ach du mal Monty schießt? Wissen wir wo das? Ich lach dich. Aber sie hat gelöscht. Da ist die Moskva. Da ist die Moskva. Da ist die Moskva. Ja ja ich bin schon drauf. Wir haben alle vier Caps. Einfach sonst zurückziehen. Ja wir sind hier bedrängt. Ja wir müssen aufpassen. Ich kann mit auf die Moskva verdeckt schießen. Ja die haben ein Flugzeug. Das habe ich raushauen kann. Ja das ist schon raus. Ja das ist schon raus. Ja das ist mein Radar. Die muss jetzt raus sein. Oh ich bin gleich weg. Andere noch eine halbe Wunde weg. Ja die müssten gut kommen. Und dann schießt auf die Moskva. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Ich muss weg. Die Monty ist statisch gut zurück. Ja. Ich bin aber auch glaube ich jetzt weg. Schade. Okay. Wir gewinnen das. Wir gewinnen das Jungs. Na sie hau einfach ab. Das halt ich jetzt auch alleine hier raus. Einfach. Einfach hinter die Inseln alle. Wir holen das jetzt auch selbst unter einem Cap. Ja ich glaube das haben wir auf dieser Card. Du könntest eigentlich andere rausfahren und die Moskva rausschießen. Nein. Die ist viel besser gepanzert und schießt mir einfach durch. Die hat nur noch 8.000 oder 7.000. Ja mit einer D-9 fährt man nicht so hinter die Inseln. Ich fahre jetzt zum D und werde denke ich die Indie spotten. Ja. Sie fährt wieder vor. Sie fährt wieder vor. Ja siehste. Geht auch so. Was ist denn los heute Nasi? Sehr gut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir treffen die Mumpeln halt. Nehmt auch jemand die Moskva noch? Nee. Scheiß drauf. Die wird ja nicht bleiben. 2 Top-Treffer auf die Monty. Ja. Ja. Da hast du deine Top-Treffer. Deine gewünschten. Nice. Sehr gut. Aber die waren aggressiv. So früh ich gespottet. 13,7. Aber jetzt schau mal. Das sind viele. Die Ockenstelle und Balle dann auch. Viele Einser, Rang 1 Spieler. Aber Teamplay mässig waren sie nicht so gut wie wir diesmal. Der Fehler war auf unserer Seite bei der Yu Yang. Die hat ihr Radar geschmissen und war gespottet und kam dann nochmal zu mir zurück. Und ist in meinen Radar reingefahren und dann hat es bei uns Yu Yang rausgenommen. Das ist natürlich sexy so. Der Fokus war goldrichtig. Wunderbar. Der Fokus war goldrichtig.